Hallo, ich möchte euch heute GeoGebra vorstellen, und zwar den GeoGebra-Grafikrechner. Damit kann man wunderbar einen Grafen zeichnen, das heißt, ihr gebt hier oben einfach f von x gleich x ein. Und ich habe auch noch eine zweite Funktion eingegeben, g von x ist gleich m mal x plus b. Dann erstellt GeoGebra nämlich euch einzelne Schieberegler für das m und für das b. Und jetzt können wir an dem m schieben und können gucken, was bewirkt eigentlich das m in der Funktionsgleichung mx plus b. Was tut das mit dem Grafen? Und das mit dem b können wir entsprechend genauso machen. Das heißt, wir nehmen einmal das b zuerst. Ihr seht, es steht hinten plus b, das ist so eine Konstante, die man an die Funktionsgleichung anfügt. Und wenn wir jetzt entsprechend b vergrößern, dann seht ihr, die Gerade wird einfach nur nach oben verschoben. Ist b gleich 5, geht die Gerade auf dem y-Achsenabschnitt auch genau durch 5. Ist b 4, dann geht die Gerade auch entsprechend auf dem y-Achsenabschnitt durch 4. Gehe es b 0, dann geht es auch entsprechend durch den Ursprung auf der y-Achse. Ist b minus 1, dann geht es auf der y-Achse und wird es nach unten verschoben und geht entsprechend dann durch minus 1 auf der y-Achse. Das heißt, b gibt den y-Achsenabschnitt an und zeigt damit eine Verschiebung nach oben oder unten an. Genau. Setzen wir b mal wieder auf 0 und schauen uns an, was m macht. m heißt ja, ist ja die Steigung bei der linearen Funktion. Also können wir gucken, was passiert, wenn wir m jetzt vergrößern. und ihr seht schon, die ganze Gerade wird steiler. Steiler, steiler, steiler. Genau. Das heißt, man sagt, die Steigung ist jetzt 5. Wir gehen also vom Ursprung aus 1 nach rechts und 5 nach oben und haben dann unser Steigungsdreieck. Gehen wir jetzt entsprechend wieder auf 1. Dann ist die Steigung 1. 1 nach rechts vom Ursprung und 1 nach oben. Gehen wir jetzt auf 0,5. Ihr seht schon, es wird flacher, flacher, flacher. Und wir sind bei 0,5. Dann sieht man das Steigungsdreieck. 1 nach rechts und nur noch 1 halben nach oben. Oder wir können auch 2 nach rechts und 1 nach oben gehen. Das bedeutet eben Steigung 1,5. Jetzt können wir entsprechend noch weiter verschieben. Aber ihr seht, es wird einfach immer nur flacher. Entschuldigung, jetzt habe ich den Falschen verschoben. b muss ja 0 sein. So, jetzt wird es hier entsprechend immer flacher, flacher, flacher. Ist m gleich 0, haben wir gar keine lineare Funktion mehr, sondern nur noch eine konstante Funktion, weil der Graph eine Gerade ist, die genau auf der x-Achse liegt. Gehen wir jetzt mit m minus 1. Dann fällt der Graph. Das heißt, die Steigung ist negativ. Der Graph fällt und entsprechend hier steiler, steiler, steiler. Aber es ist eben bei minus 5 jetzt ein fallender Graph. Wir gehen, um das Steigungsdreieck anzuschauen. 1 nach rechts und 5 nach unten. Das zeigt genau die negative Steigung an. Wenn wir jetzt entsprechend noch mal uns das anschauen, also wenn der Wert negativ ist von m, haben wir einen Graph, eine Gerade, die fällt. bei m muss ungleich 0 sein, damit es eine lineare Funktion ist. Und jetzt steigt der Graph wieder. Er ist flacher und dann entsprechend steiler. Versucht das selbst einmal bei GOG brauche ich so einzustellen. Das geht ganz leicht. Ich zeige euch noch einmal kurz die Eingabe. Das heißt, man geht hier einfach nur auf Eingabe und gibt jetzt einfach zum Beispiel x ein und drückt Enter. Dann hat man entsprechend jetzt nur einfach den Graphen zu f von x oder entsprechend h von x ist gleich x. Und wenn man das mit Parametern eingeben möchte, dann gibt man ich lasse die hier mal, damit ihr seht, wie das dann eingegeben wird. Und jetzt gibt man einfach nur f von x oder sowas müsst ihr gar nicht eingeben. Das heißt, ihr könnt sofort starten mit dem m m mal x plus b und wenn ihr jetzt Enter drückt, dann macht GOG bra automatisch euch die Schieberegler. Genau. Und dann könnt ihr entsprechend hier wieder schieben, so dass ihr das dann genau anschauen könnt. schieben wir jetzt nochmal b auf 1 und m auf 2 zum Beispiel. Dann haben wir eine klassische lineare Funktion mit der Steigung 2 und dem y-Achsenabschnitt 1. Genau. Okay, probiert es selber aus. Dann wünsche ich euch viel Spaß. wirklich Spaß. Das ist eine klassische